Erst ein Video hier aus Japan. Ich sage jetzt mal erstes Video, das andere war im Endeffekt nicht nur so ein Ankunftsvideo und das ist jetzt das erste Video, wo ich richtig was von Japan zeige und zwar, ich habe noch nicht richtig gevloggt oder so, das träume ich auch noch nicht so richtig, da muss ich mich noch ein bisschen reinfinden, aber ich befinde mich jetzt hier gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in Woche 2. Und in der ersten Woche, beziehungsweise am Wochenende war ich mit EF, die bieten immer Aktivitäten an und am Wochenende war ich mit denen außerhalb von Tokio und zwar haben wir den, ich muss das kurz ablesen, Mount Takao bestiegen und das ist ein kleiner Berg, 600 Meter hoch und der liegt etwa eine Stunde außerhalb von Tokio. Da sind wir mit dem Zug hingefahren und waren gemeinsam wandern. Es war eine ganz nette Gruppe, wir waren insgesamt glaube ich 16, 17 Leute, nee 16 Leute waren wir genau, plus zwei Lehrer und der Schuldirektor war auch noch dabei, nee drei Lehrer und der Schuldirektor. Also das war auf jeden Fall ganz lustig, hat Spaß gemacht, allerdings habe ich nicht so viel gefilmt, sondern mehr Fotos gemacht, aber deswegen mache ich jetzt dieses Video auch und zwar werde ich euch jetzt nachfolgend ein paar Impressionen zeigen, Fotos und auch vielleicht ein bisschen was von den Aufnahmen, die ich getätigt habe, auch wenn die relativ verwackelt sind. Ihr werdet sehen, ich schneide das Video gleich zusammen und ja, werde das Ganze vielleicht mit ein bisschen Musik hinterlegen oder so und ja, ihr werdet es ja gleich sehen und wenn ich dann noch was zu sagen habe, werde ich mich im Hintergrund mal melden aus dem Off und ja, ansonsten genieße jetzt die Eindrücke vom Mount Takao und wir sehen uns im nächsten Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist toll! Das ist toll! Das ist toll! Ihr seid froh! Ich bin froh! Ich bin froh! Das ist Tengu. Er ist wie ein langnose Goblin. Er ist wie ein Schrainer von der Karnow. Das ist die Schrainer. Sie haben ihre Namen geschrieben. Wie viel Geld ist? Es ist viel Geld. Ich weiß nicht, wie viel Geld. Es ist wie Kiddens und so. Das ist Kiddens. 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 Ich verstehe. Das ist Kiddens. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.